Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Princess Peach Showtime. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Show von Princess Peach Showtime. Ja, beim letzten Mal haben wir einen Suchscheinschlangenboss fertig gemacht, der war relativ einfach. Und heute sind wir auf der zweiten Etage, müssen hier gleich zwei Funkelis retten, wie es scheint, zumindest schalten wir es hier frei. Und wir werden jetzt als allererstes Spaß beim Alienzeug haben, Mission Alien Invasion. Ich weiß noch nicht, weil ich das Kostüm mir hier vorstellen darf. Ich stelle mir halt wirklich entweder so ein Space Kadetten Outfit vor, halt so Star Wars mäßig, oder eventuell Superhelden halt, weil es ja auch bei Superhelden der Fall ist, dass sie gegen Aliens kämpfen. Das wäre so mein Guess, was wir in Kostüm hier kriegen. Ich weiß es halt nicht. Jedenfalls würde ich sagen, let's go rein auf die Bühne. Okay, da waren die Aliens. Was war das? Nein, das weiß ich zu verhindern. Okay, die Lampen. Aus! Hier wird niemand entführt. Oh, da ist eine sehr starke Schwierigkeiten. Das ist bestimmt ein Geheimgang. Kann ich auch dein Auto reparieren? Ich hoffe, ihr könnt euch ewig lang festhalten. Das war auf jeden Fall die Schleife. Gern geschehen. Böse! Weg! Da scheine ich meine neue Kraft zu bekommen. Zumindest gehe ich davon aus. Okay, nevermind. Ist nur im Brunnen. Was gut ist, ich habe bisher noch nichts verpennt. Okay. Kein Kontakt zum Beruf mehr oder nie. Ja, damit. Weg! Ob ich nicht auf den Bus steigen würde. Weg mit euch! Danke. Oh, das sieht mir in einer Sequenz aus. Ja. Definitiv. Ich kriege jetzt wahrscheinlich mein Kostüm. Es kommt ja immer recht früh. Ich bin die Hoffnung. Cool, Superhelden, Peach. Ich habe eine Elektrofaust. Schade, ich kann nicht die Helden-Landung machen. Aber sie macht es. Tschüss. Hm. Wer weiß. Jetzt wollen wir euch posen. Doch, das werdet ihr. Meins. Meins. Mein Spielzeug. Ich suche die geheimen Punkte. Oh, ich kann Autos aufheben. Und Autos mit Autos kaputt machen. Ich habe eine Idee. So, lauf durch. Ich habe immer noch mein Spielzeug. Ist doch 100 Pol. Ach, den muss ich da hinwerfen. Aber da ist doch 100 Pol die Posenstelle da links. Wo das Dreieck ist. Die Stelle sieht schon so verdächtig aus. Ja. Die Stelle sah mir zu verdächtig aus. Das Kostüm hat aber auf jeden Fall was. Ach man, nur der Münzbereich. Kann ja nochmal gucken. War dort auch irgendwas zum Posieren? Nee. Hier ist auch nochmal eine Posenstelle. Habe es gesehen. Ich suche die fiesen Verstecke. Nein. Nein. Aus. Das ist das. Nein. Außerirdischer Fiesling. Auch alles gut. Ich mache euch keine Vorwürfe. Ihr gebt euer Bestes. Wenn ich mir Zeit lassen würde, würden sie eigentlich echt mit den Dingern abhauen. Oh. Ich sah ein Dreieck. Da ist der Schutzraum. Gern geschehen. Er nimmt einfach direkt den ganzen Schutzraum mit. Warte, ich sehe noch irgendwas in der Nähe. Nee. Sieht mir auch sequenzmäßig aus. Sah so aus. Ich muss wahrscheinlich alle retten, die von so einem Teil festgehalten werden. Okay. Noch nichts verpennt. Alle gerettet. Jetzt kommt nur noch das Mutterschiff. Steuerung. Beobachtet die Bewegung. Das Gegner ist doch gemächtig. Ich bin ein B-Fein-Kunter. Ach nö. Ich brauche wieder Timing. Früß. Ich wollte die ganze Zeit was drücken. Ach so. Und bestimmt ist die Probe später, nachdem ich die Etage abgeschlossen habe mit ihr. ganz bestimmt. Ja gut, damit haben wir die erste Welt hier schon mal abgeschlossen. Das Heldenkostüm, das ist auf jeden Fall fancy. Also jetzt nicht das Kleid, aber das Kostüm auf jeden Fall. Habe ich auch für Siegert eine Schleife bekommen? Nee. Warum sagt ihr mir dann bei Garderobe? Ach, hier ganz oben ist noch was dazugekommen. So, im Album. Gucken wir uns schon mal auch das Album-Bild an. Uh, das ist sehr schön. Das ist wirklich sehr schönes Bild. Na gut. Ich weiß halt nicht, ob das hier noch weiter runter scrollt, aber drei Bilder... Ach, drei Bilder. Drei Kostüme haben wir auf jeden Fall noch freizuschalten. Zwei kriegen wir... Nee, eins kriegen wir auf dieser Etage noch. Und beim nächsten Mal haben wir wieder einen Spaß mit dem Kaulgell für uns. Das Kaulgell in der Dämmerung. Das Kaulgell-Gestüm, das fand ich ja auch sehr stylisch. Soweit ich das gelesen habe, auch ein paar von euch. Auf jeden Fall, Leute. Hier war es das dann jetzt mit der heutigen Show. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.